Am Samstag wird etwas passieren, da wird ein Exempel stattfinden. Egal ob es mit deinen Kollegen ist oder mit dir, dass du einmal weißt, wo es lang geht. Du kannst da die Klappe aufreißen. Das ist eine riesige Chance, dass ich da, der Obermacher, der größte Catcher in den letzten 30 Jahren aus Österreich, dass ich da auftritt. Ich hebe nämlich die ganze Zeit die Klasse ein bisschen da. Gell, Ritschi? Da sind wir sehr ehrlich. Im Endeffekt ist die Lugner-Site ein Kakerlaken-Tempel. Ich lass mich nicht von dir beleidigen, du Einkaufszentrum. Das ist ein Blödsinn. Na wo, ich natürlich auch wieder erwischen. Das passiert, wenn man frech ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bekフelt die Lugger-Site?